hallo liebe katzenfreunde schön dass du wieder dabei bist in diesem video geht es um artemisia artemisia ist vom ursprung her eine pflanze ich habe schon weitere videos zu artemisia gedreht schaut euch die gerne an im hinblick auf die möglichkeiten was sie bei tumoren machen kann helfen kann unterstützen kann zaubern kann in diesem video aber geht es um artemisia gesamt denn artemisia kann noch so einiges mehr und ihr wisst alle infos von mir nach bestem wissen und gewissen aus meiner erfahrung kenntnissen aber ohne garantie in dessen schule zum naturherkundlerin und psychologen für katzen sowie autoren diverser katzen ratgeber ihr findet mich auf meiner internetseite katzensprechstunde.de ich berate online somit weltweit immer ganzheitlich mit der homöopathie und der naturherkund so artemisia artemisia ist eine pflanze und zwar das beifußkraut es gibt verschiedene unterarten von artemisia ja ich selber empfehle und verwende artemisia anua beziehungsweise artemisia vulgar also ein beifußkraut eine pflanze und artemisia wird insbesondere in der traditionellen chinesischen medizin verwendet und da kann ich euch eins zu sagen all diese uralten heilmethoden wie tcm die traditionelle chinesische medizin sollten wir jetzt grundsätzlich viel viel mehr beachten denn sie haben ihre berechtigung und wenn du dich dafür interessiert hier in den bereich schauen weitere videos zu experten zu menschen die damit wirklich arbeiten beispiel tcm oder noch viele viele andere die ganzen naturvölker die alles können mit pflanzen mit freutern es hat seine berechtigung aber auch da muss man sich auskennen und das ist so spannend was ist alles so artemisia wirkt antibakteriell also gegen bakterien wird antimykotisch das heißt gegen pilze sprich kann man auch mal versuchen bei pilzbefeifen artemisia wird antikarzinogen und dann sind wir beim thema tumore anti heißt gegen und dann das was ich gesagt habe bakterien pilze das ist das ein erfolgreich angewendet und empfohlen habe ich wirklich artemisia ich selber habe artemisia vulgaris verwendet bei meiner katze ich empfehle ja das was ich verwende in deutschland etc nicht erhältlich ist dieses eine produkt artemisia anua bei tumoren und ich habe so viele erfolge damit erzielt bei meiner eigenen katze schaut euch die videos an und ich kann jedem nur ans herz legen wenn deine katze ein tumor hat versucht es schadet ja nicht und das ist das schöne an der naturherkunde es schadet nicht es belastet den körper nicht es hat keine nebenwirkung es schwächt nicht das system und es schadet nicht den organ ja ich habe so oft in den kommentaren nachfragen hat es geholfen hat es geholfen hat es geholfen nicht wenn ihr das direkt auf einen anderen kommentar schreibt also nicht an mich dann könnt ihr nicht erwarten dass diejenigen antworten das sind ja alles fremde menschen manche machen es manche nicht ihr werdet von mir immer den kommentar kriegen ich habe damit erfolge erzielt bitte versuche weil es nicht so ich habe erfolge mit erfolgreich artemisia angewandt bei rachen und bronchial ich kann euch immer sagen bei all diesen themengebieten je komplexer das ist ist artemisia oder auch ein anderes eilkraut oder was auch immer zusätzlich und aber oft ausschließlich nicht ausreichend es macht immer sinn sich einmal alles anzuschauen denn zum einen hat ja alles eine ursache ein ursprung alles spielt eine rolle die ernährung muss man sich anschauen die seelische komponente den menschen bekommt die katze medikamente pharmamittel oder sonst irgendwelche anderen sachen wieder mit zwischenspielen also trotz alledem das ganzheitliche einmal einen experten ranzulassen macht wirklich sinn aber ich weiß viele wollen das immer erst mal alleine versuchen das ist auch völlig okay aber wenn du merkst es reicht nicht bitte wende dich an einen experten wende dich an mich dafür wenn ich doch darf wirklich bei rachen und bronchial geschichten konnte ich artemisia bereits erfolgreich empfehlen und jetzt geht es weiter ganz spannend bei epilepsie bei epilepsie ist auch ein ganz ganz wichtiges thema muss man sich absolut die ursache angucken beispiel epilepsie kann unter anderem kann durch gluten ausgelöst werden ja ist so im getreide den weizen der nicht mehr ganz so natürlich und gesund ist in der heutigen zeit thema ernährung beachten ja gleich bei epilepsie angenommen die katze bekommt mittel meinetwegen artemisia und was auch immer mittel die helfen bei epilepsie aber sie bekommt weiter die ursache also zum beispiel gluten im futter dann kann sie niemals gesund werden darum ist es so wichtig immer alles ganzheitlich anzugehen und wer mich kennt weiß ich lichter wert drauf und ich arbeite nur so weil alles andere wirklich keinen sinn macht so jetzt sage ich euch die bereiche da kann ich mich nicht zu äußern ich kann es also weder bestätigen noch widerlegen aber die infos die ich recherchiert habe wo artemisia noch helfen soll oder kann und da sage ich euch wirklich es ist ein versuch wert und dann wie immer gerne ein feedback von euch bitte in den kommentaren welche erfahrung ihr schon gemacht habt mit artemisia bei was auch immer gerne aber auch wenn ihr es versucht hat und es hat bei etwas nicht geholfen da muss ich aber auch sagen es gibt auch hier einmal das thema ganzheitlich wenn du da nicht ran bist kann ich sagen okay vielleicht fehlte da ein aspekt der nicht berücksichtigt wurde oder die karte hat noch weitere symptome das muss ja alles angegeben werden und ihr wisst es gibt kein allumfassendes zaubermittel aber es gibt große wichtige mittel die viele viele möglichkeiten haben msm video habe ich jetzt vor kurzem gemacht schaut euch das gerne an msm hier geht es um artemisia ja so artemisia soll auch unterstützend helfen können bei verdauungsbeschwerden bei entzündungen bei einer chronischen darmerkrankung da wieder weiß ich ganz genau muss man sich genau das ganze ansehen und gerade auch die ursache bei parasiten befallen da bin ich persönlich jetzt skeptisch sage ich euch ganz ehrlich aber versuchen und es hängt ja auch von den parasiten ab ja innerlich würmer äußerlich und so weiter dann bei borreliose borreliose ist das was die katze in seltensten fällen ist mir ganz ganz wichtig bekommen kann von einer infizierten zecke ja das ist nochmal so ein sonderthema das ist so ein bisschen panikprogramm nur weil die katze eine zecke hatte muss sie nicht schwer krank sein und borreliose bekommen ja aber in seltensten fällen kann man kann das mal vorkommen und dann kann ich ganz klar sagen artemisia versuche artemisia soll helfen bei meine eigene schrift legen hirnhautentzündung themaentzündung und virusinfektionen wie herpes gürtelrose malaria versuche aber darum ist die vernetzung jetzt so wichtig weil wir durch dieses kollektiv gemeinsam mehr dazu lernen was wirklich stimmt von den informationen und was ich nicht so bestätigt die ersten sachen die ich eben erwähnt habe wo ich sage da habe ich positive erfahrungen gemacht habe ich erwähnt tumore rachenfrontialinfekte epilepsi so das sind die verschiedensten sachen wo artemisia helfen kann und wenn ich alleine sehe dass artemisia tumore heilen dann ist artemisia ist für mich wenn man in anderen videos dazu gesehen hat so ein zaubermittel bei tumoren wie gesagt wieder keine garantie es mag tumoren geben oder fälle wo es nicht reicht nicht hilft da muss man sich aber wieder alles gesamt ansehen das kann ich ganz klar sagen also wenn ich die aussage kriege von jemandem von euch meine katze hatte einen tumor artemisia bekommen hat leider nicht geholfen dann ist das keine allumfassende aussage damit ich das wirklich einschätzen könnte müsste ich einmal alles wissen vielleicht wurde auch ein falsches artemisia gegeben oder falsche gaben oder vielleicht hatte die katze noch weitere beschwerden die organbeschwerden ja und dann ist so eine aussage nicht allumfassend aber dennoch ist es insgesamt hilfreich und zwar natürlich vor allem dann wenn es geholfen hat so artemisia gibt es in wie immer ein reichhaltiges angebot ja schaut mir schaut euch das video an artemisia im titel diese zwei mittel empfehle ich da erwähne ich einmal das artemisia vulgaris das ich genommen habe und auch hier bei mir immer zu hause habe was ich hier auf teneriffa bekomme ich lebe auf teneriffa beziehungsweise im spanisch sprechen im entsprechenden bereich da ist das in deutschland schweiz österreich et cetera nicht geht empfehle ich artemisia anua und ich habe eine kooperation mit der firma waldkraft und dieses artemisia den link packe ich euch unten rein empfehle ich euch weil ich von meinen kunden weiß dass es geholfen hat insbesondere bei tumoren aber auch bei rachenbronchialinfekten habe ich es erfolgreich empfohlen ganz wichtig ist bitte nicht mit alkohol gebunden also artemisia die pflanze ist immer mit etwas gebunden um es haltbar zu machen um es geben zu können alkohol ist überhaupt gar nicht gut für katzen Finger weg davon ja wenn ihr ein anderes produkt sucht macht das gerne schaut ganz genau drauf was ist da drin ist da alkohol drin ist es nicht für unsere katzen wählt mein rat das angebot auf glycerin basis bei beitkraft ich selber als ich das artemisia vulgaris für meine bonnie benutzt habe habe auch eine darreichung auf glycerin basis gewählt und das vertragen die kassen ja ich habe es vorher recherchiert meine bonnie hat es wirklich geheilt das ist alles eine flüssige form die man tropfenweise dosieren kann und jetzt kommt es zur dosierung man gibt einen tropfen pro kilogramm körpergewicht das heißt wenn du eine katze von 4 kg hast bekommt sie vier tropfen mit ein wenig guten wasser ein wenig am einfachsten aufs futter das dreimal am tag und dann muss man ja natürlich auch gucken je nach beschwerde der fall je nachdem was die hat wie arg es ist bei tumoren auf alle fälle die dosierung es ist auch die maximale dosierung mir bringt nichts das kann ich ganz klar sagen entweder es hilft oder nicht hat sie marginal beschwerden eine leichte entzündung und du möchtest das mal versuchen oder ein leichtes verdauungsproblem dann kannst du auch eine gabe am tag machen versuchen ja das muss man dann einschätzen trotz alledem also aufs futter ist immer logischerweise die einfachste darreichung weil das merkt man kann die katze früßt und merkt gar nicht in seltensten fällen kriege ich die info meine katze nimmt das nicht das sind aber meist die katzen meine behauptung jetzt die für sich sehr mäkelig sind die jedes krümelchen was nicht das bekannte futter ist spüren und es verweigern und dann möchte ich auch behaupten dass nicht selten der mensch ein großer faktor ist wenn der mensch denkt oh das spürt ihr jetzt das frisst sie bestimmt nicht ihr dann frisst sie es nicht ja darum überprüfe dich selber wenn du weißt oh ja ich bin so dann verstärkst du das dass deine karakter das nicht annimmt ganz ganz wichtig dann lass es dein partner geben als beispiel oder versuche mal nichts zu denken besser noch wäre du denkst das sieht jetzt ganz ganz toll das spüren die nämlich auch positiv empfohlen wird aber eine gabe von artemysia circa eine stunde vor dem futter das wäre jetzt das optimale ich kann euch aber sagen ich empfehle anders in meinen beratung und ich habe es bei meiner bonnie auch anders gemacht das heißt direkt aufs futter alles war gut ok aber ich gebe euch diese info gerne weiter wie du es dann machst beispiel gabe mit spritze ins morgen das mag ich gar nicht das ist nämlich ein zwang oder du nimmst eine minimale portion futter da atomisier drauf dann ist aber viel wasser dabei wie gesagt von meinen persönlichen erfahrungen und kenntnissen all meinen beratungen ist es nicht erforderlich aber wir aber erwähnen möchte und muss ich dann wird auch öfter gefragt muss ich zusätzlich eisen geben wurde ich so oft gefragt weil man das überall ließ und dazu kann ich auch wieder nur sagen es war noch nie weder bei meiner bonnie noch in meinen beraten die erfolgreich verlaufen sind erforderlich eisen zuzugeben dann möchte ich jetzt nochmal wirklich auf den punkt kommen versucht es gerne selber das ist immer mein ansatz dafür habt ihr meine videos meine internetseite und all meine bücher aber wenn es komplex hätte wenn die katze chronische lange 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 beschwerden hat mehrere beschwerden medikamente bekommt du gar nicht weißt was ein gesundes futter ist also dann bitte 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 geh da ganzheitlich ran versuch das gerne selber dann musst du einfach alles durchgehen und einfach in Anführungszeichen ich berate seit 2001 also seit 23 Jahren und inzwischen weiß ich natürlich was ich alles abfragen muss was wichtig ist was man berücksichtigen muss wende dich an einen fachkundigen Experten der ganzheitlich arbeitet und der Ahnung hat von vernünftigen Therapieform wende dich gerne an mich das ist meine Berufung das ist mein Leben ich habe die Erfahrungen ich habe die Kenntnisse und ich starte immer mit mindestens 100 Fragen um das Gesamtbild zu bekommen ich bin spezialisiert auf die Homöopathie für Katzen nutze aber wie ihr seht ganz ganz viel andere Naturheilverfahren gehe immer alles ganzheitlich an ich weiß ich wiederhole mich aber es ist so wichtig das sehe ich wenn wenn Kunden Tierarzt aufgesucht haben oder einen anderen Tierheilpraktiker oder irgendeinen anderen Therapeuten selbst wenn jemand sagt ich arbeite ganzheitlich dann sage ich vorher schon dann bin ich ja gespannt und dann schaue ich mir an was da kommt und ganzheitlich ist nicht nur noch ein weiteres Ding berücksichtigen nein alles so wie man hat dann ist es schon mal gut alles ist alles wirklich alles und er hat immer im Kopf ich starte mit weit über 100 Fragen wenn jemand so arbeitet ist das ein gutes Zeichen wenn er dann noch Erfahrungen und Kenntnisse hat das ist so wichtig und schnell mal kurz ein Mittel gratis empfehlen und eine schwerkranke Katze wird gesund gerne wenn es hilft gerne aber meistens reicht es einfach nicht und das ist doch irgendwie auch logisch und verständlich also Artemisia auf ein Mittel mit ganz vielen Möglichkeiten definitiv immer ein Versuch wert ich rate auch jedem es im Haus zu haben gerade weil Tumore leider sehr häufig vorkommen weil Bronchialracheninfekte sehr häufig vorkommen da hilft die Homöopathie wenn gezielfach von nicht angewandt aber auch sehr gut und vieles andere so häufig vorkommen also Artemisia habe ich immer im Haus genauso wie CDL auch ein Mittel mit vielen vielen Möglichkeiten beides für den Fall der Fälle einfach jetzt mal so pauschal mein Rat an euch ich hoffe ich konnte wieder viel guten Info geben für die Gesundheit unserer wunderbaren Katzen dann geht es wieder auf meinem Schoß hier heute seht ihr sie mal nicht und leitet das Video gerne weiter wenn ich von jemandem weiß geht der das auch interessieren könnte es ist ja ein grundsätzliches Thema es muss ja nicht gerade irgendwas Gutes sein wo es passt dann auf alle Fälle aber all diese Informationen die wir jetzt bekommen also ihr wisst ich sauge das auf ich liebe das aber wichtig ist selber austesten selber Rücksprache halten ist das wirklich so oder ist das eine übertriebene Information ganz ganz wichtig nur weil man irgendwo irgendwas liest muss das noch lange nicht wirklich so sein das ist so wichtig zu wissen danke dir fürs zuhören ich hoffe es geht deiner und deinen Katzen gut und dir natürlich auch und ihr wisst ja Infos dazu wenn du mit Artemisia Erfahrungen gemacht hast gerne in den Kommentaren gerne für sich ein netter Kommentar gerne Daumen hoch Abo und ihr kennt das alle und ich freue mich immer dafür jetzt schon empfobige ein Dankeschön über eine Super-Fan über eine Basis-Mitgliedschaft und für die die richtig schmacklos ins Detail gehen wollen die von mir praktisch ausgebildet werden möchten geht in den Premium-Bereich da kriegt ihr Detail-Wissen Detail-Infos damit ihr selber auch viele viele Katzen gesund machen könnt oder einfach mehr wissen für eure eigene Team Liebe Grüße von Teneriffa Schnurr-Schnurr-Miau Deine und eure Gästen Schule